Ihr Ansprechpartner Nummer 1 für Mallorca Immobilien im Südwesten ist Minkner & Pachtner. In über 25 Jahren auf Mallorca hat das Unternehmen über 3000 Immobilientransaktionen erfolgreich durchgeführt. Ganz gleich ob Finca oder Villa am Meer. Das Herz des Unternehmens liegt in Santa Ponza. Hier laufen alle Fäden zusammen. Neben der Geschäftsleitung sitzt dort auch die Personal- und Rechtsabteilung sowie das Marketing. Herzlich Willkommen bei Minkner & Pachtner. Santa Ponza und das direkte Umland ist der begehrteste Ort, wenn es um Villen auf Mallorca geht. An der schönen Hafenpromenade in Port Andrade wird das vielfältige Immobilienangebot von St. Elm über Camp de Mar bis nach Pagera präsentiert. Port Andrade ist einer der schönsten Häfen auf Mallorca. Ein abwechslungsreiches Angebot an Top-Restaurants und Shops in dem so ursprünglichen Städtchen macht das Leben dort so besonders. Mitten im Herzen von Palma führt das Unternehmen eine weitere Filiale. Für attraktive Immobilienangebote in der Inselmetropole selbst und in den angesagten Hotspots rund um Palma, wie Son Vida oder Porticholl. Palma erfreut sich wachsender Beliebtheit mit seinen renovierten Altstadtpalästen, Stadthäusern und Apartments direkt am Paseo Maritimo mit Blick auf den traumhaften Hafen. Souverän berät das fachlich kompetente Sales-Team die interessierten Kunden. Hier bleiben keine Fragen offen, ganz gleich in welcher Sprache. Die Eigentumsübertragung von Immobilien kann schnell zu Komplikationen führen. Stichwort illegale Bauten. Die eigene Rechtsabteilung mit zwei Volljuristen sorgt für Sicherheit. Gehen Sie lieber mit uns zum Notar. Minkner & Partner ist bekannt für sein professionelles Marketing. Neben der Hauszeitung Traumimmobilien kommt pünktlich zu Ostern der Immobilienkatalog mit dem treffenden Namen Homepages heraus. Regelmäßige Anzeigen in Zeitungen, Magazinen und Online-Portalen schaffen Aufmerksamkeit. Sponsorevents und der legendäre Pfingstcocktail in Santa Ponza sorgen für Kundenbindung. Minkner & Partner – Ihr Immobilienpartner auf Mallorca Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.